Oh mein Gott, wir gehen ran. Hallo? Junge, ich hab so Angst. Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, und heute gibt es wie immer eine Folge... Oh, stopp! Jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Er ruft bitte sehr anonym an mit einem Video. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo? Ja, was willst du von mir? Geh an den verlassenen Ort. Hä? Oh mein Gott Leute, was ist das eigentlich für eine Stimme? Hallo? Mach es sofort! Geh an den verlassenen Ort. Okay. Ja. Gut, mach ich und was soll ich da? Mach es sofort, dass wirst du sehen. Okay, Leute. Hallo? Hallo? Digga. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Gott Junge, wer ist das? Okay, ich fahr da jetzt hin. Ich muss erstmal jemanden finden, damit er mit mir fährt. Oh mein Gott Leute. Was ist da schon wieder ey? Jetzt müssen wir schon wieder zu diesem Gebäude fahren. Oh Junge, es war so schlimm dort. So Leute, wir sind jetzt gleich da. Wir parken jetzt hier irgendwo. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist dann, was wir jetzt machen sollen. Das Haus muss hier irgendwo sein. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Oh man Leute, ich suche jetzt hier einen Parkplatz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hab ultra Schiss. So Leute, wir sind jetzt da. Da vorne ist das Gebäude. Es ist ultra gruselig. Ich hab richtig Schiss. Aber ich würde sagen, let's go, wir gehen da jetzt hin. Leute, der ruft jetzt an. Oh mein Gott, wir gehen ran. Hallo? Du bist jetzt wo raus? Ja, wir stehen jetzt gleich direkt vom Eingang. Also da, wo der Eingang ist. Soll ich da jetzt hingehen? Dann gehst du jetzt rein und öffnest 10 Megaboxen und schaust, was dann passiert. Okay, was muss ich hier machen? Es ist echt gruselig. Hallo? Er hat aufgelegt. Oh mein Gott, wir müssen da jetzt reingehen und 10 Megaboxen öffnen. Junge, ich hab so Angst. Zum Glück haben wir die Taschenlappe dabei. Oh mein Gott, Leute. Ich geh da jetzt vor. Let's go, wir gehen rein. Leute, let's go. Gleich sind wir im Haus. Ich hab ultra Schiss. Guck mal, hier ist das alles noch voll geschockt. Oh mein Gott. Aber ich glaub, drin wird gleich noch viel schlimmer. Es ist gruselig. Ich hab wirklich Angst hier. Okay, Leute, let's go. Ich glaub, da sind Leute drin. Wir gehen hoch. Wir schauen mal. So meine Freunde, jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, denn unser Boxer Bundle Halloween ist verfügbar. Bei meiner Freunde, Geisteskrank, Leute, lasst einen fetten Daumen oben da. Checkt es unbedingt ab, Leute. Denn wir haben einen Geisteskrank gespandelt. Ihr seht's gerade hier nochmal eingeblendet. Leute, holt euch den Budi mit Kabuze oder ohne, Leute. Und ihr kriegt einfach das süßes oder faust Halloween Boxer T-Shirt geschenkt dazu, Leute. Das ist richtig nice. Leute, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Holt euch das T-Shirt ja oder nein. Ich würd sagen, es ist geisteskrank geworden. Und ja, Leute, ich würd sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Leute, wir sind jetzt da. Ich würd sagen, wir gehen an die Stelle, wo wir das Boxerlicht damals gefunden haben. Ich hab Ultraschiss. Let's go. Ich würd sagen, wir gehen da jetzt hoch, Leute. Abfahrt. Ben Affiliate Hillen. F fans, sagte탈, hier wurde schon wieder nacherer讲 privat gemacht. Jörg ist ein know. Aber geht's nicht los. Das ist großes Atme wigger. Das blab Rad они wohl für die Hauptbahnhof. Einißt Kun nimmt, brennair auf Wiener typed. Der Boxer Okay, okay Boah, WGF Schau mal gleich Bist du bereit? Ja Oh Echt Schiss Soll ich nicht versagen? Ich darf aber das Boxer nicht Oder mach doch nicht mehr Ich weiß nicht mehr Leute Wir stellen es jetzt hier hin Und öffnen jetzt die 10 Megaboxen Let's go Wir loggen uns auf mein Account ein Spiel drin Hier war kein Angebot Sieht übelst heftig aus hier Aber die kalte Luft geht hier so hoch Leute, wir machen das jetzt so Wir kaufen die Megaboxen einzeln Wir fangen jetzt mit der ersten an Wir sind startklar Eine Megabox Erste Megabox, Leute Let's go Und was ziehen wir? Fünf Okay, das war schon mal nichts Gehen auf den nächsten Account So Leute, nächster Account Nächste Megabox Fünf Auch nichts drin Wir müssen echt schneller machen Ich hab echt Schiss hier Dritte Megabox, Leute Fünf Wir gehen auf den nächsten Account Leute, es ist ultra gruselig Nächste Megabox Die vierte Fünf Oh mein Gott, Max haben wir gezogen Let's go Junge, unseren ersten Brawler Oh mein Gott, es ist zu gruselig Aber Max ist ja Ich weiß nicht Was will er uns denn damit sagen? Schau, was passiert Wir öffnen mal nochmal die B-Quote Wir haben da was drin Oh, ein Gadget auch noch gezogen Aber er hat gesagt 10 Megaboxen Oh nein, wir haben ein Hoffentlich kriegen wir hier jetzt keine Probleme Leute Oh mein Gott Hoffentlich gibt das jetzt keine Probleme So Leute, ich geh jetzt auf den Hauptaccount Und hoffentlich werde ich da was ziehen Ich versuch mal mein Glück auf den Hauptaccount Ja Wir laden jetzt die Gems auf Wir machen mal für 20 Euro Ich glaube wir kommen hier Das ist zu gruselig Ich hab echt Angst Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren Ob ihr auch Angst habt Gönnen Supercell Bitte Wir wählen jetzt nochmal Damit wir jetzt extra lang Leute, wir werden jetzt im Boxer Öffnen jetzt die nächsten Megaboxen Sechs Stück brauchen wir noch Oh mein Gott Ich hab Angst Schleid mir in den Es ist zu gruselig hier So jetzt Noch 5 Megaboxen glaube ich Oder 6 Ich weiß nicht genau So Ich glaube jetzt noch 5 Da war nichts drin Leute, nächste Megabox Come on Da ist auch nichts drin Wir ziehen gar nichts Let's go Oh mein Gott Es ist Leute, wir haben glaube ich noch 3 Megaboxen Sechs verbleibende Junge Hoffentlich Haben wir jetzt Lack Es ist jetzt noch 2 Megaboxen mit der hier Oh mein Gott Leute Let's go Wir gehen langsam runter Ich hab so Schiss Leute, wir können einmal ganz kurz hier gucken Film mal ein bisschen die Wand so Zeig mal die Wand Ja Leute, es ist ultra gruselig hier Wirklich ist es Ich hab so Schiss Ich hab so Schiss Leute Ich würde sagen Ich öffne die Box jetzt 3, 2, 1 Abfahrt Ein Gadget Für die Boxerin Ob das ein Zeichen ist Aber was wollt ihr uns damit sagen? Öffne 10 Megaboxen Und schau was passiert Wir haben keine Gems mehr Leute Wir gucken mal ganz kurz was wir noch ziehen können Wir können noch Epische Boala ziehen Leute, wir laden nochmal Gems auf Es ist zu krass Leute, wir öffnen hier jetzt noch 2 Megaboxen Und dann öffnen wir noch auf einen anderen Account einmal Boxen Gucken wir, ob wir poweren können Ich kann gar nicht richtig reden, weil ich so Schiss hab Okay Leute, let's go Letzten 2 Megaboxen 3, 2, 1 Abfahrt 5, okay Da war nichts drin, Leute Letzte Megabox auf diesem Account Gönn jetzt richtig Ich bin hier echt weg Und gönn 5, okay Hier war nichts drin Gar nichts Let's go Leute Wir gehen auf den anderen Account Leute, Kauf bestätigen Let's go 6 verbleibende Leute Oh mein Gott Leute, es ist die letzte Megabox Wir haben 6 verbleibende Oh mein Gott Es ist eine Gruseligkeit nicht mehr zu übertreffen Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier an die Wand Hier hin, Leute Let's go Oh mein Gott Letzte Megabox 3, 2, 1 Gone Ein Gadget Oh Junge Wir haben eigentlich Pech gehabt Aber ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt machen müssen Wie geht's jetzt weiter? Ich würde sagen, wir gehen jetzt weg Ich weiß echt nicht, was ich machen soll Schreibt mir unten unbedingt in die Kommentare Was wollt ihr uns damit sagen? Kehre an den Ort zurück Was wir jetzt dann getan haben Öffnet 10 Megabox Und schau was passiert Wollt uns damit sagen Für dieses krass Ich weiß nicht, Leute Schreibt mir unbedingt in die Kommentare Leute Ich gehe jetzt hier raus Ich hoffe wirklich, dass hier nichts Wir gehen jetzt langsam raus Und ich nehme euch mit Ich muss auf Kamera haben Wegen wie ich langsam rausgehe Und so Leute Weil ich habe Angst, ich schaffe das und sich Leute Schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare Was hat das damit zu tun Wie an diesen Ort zurückkehren müssen Leute Ich würde sagen, wir gehen raus Und wenn alles gut ist, seht ihr mich doch an mir Let's go Leute Also gehen wir das zusammen Wegen die Kommentare Also 손 die Kommentare quite nach oben Wir kommen auf die Feedback das auch von der das Dichte Auch da Wir sind die Kommentare Die Kommentare Die Kommentare Phase mit Niemann Lachen